Das ist unser Hund. Er ist mit uns gekommen. Wir sind gekommen hier zu unserer Wassermelune. Wir haben eine Wassermelune. Diese meine Brüder machen die Wassermelune und sammeln hier. Dieses Auto ist mein Bruder. Er hat einen gekauft das Jahr damit abschleppen was zum Beispiel Wassermelune oder Schaffer oder so oder so. So, guckst du das jetzt. Der Hund will auch helfen uns ein bisschen. Das ist unsere Wassermelune. Der Hund macht Pipi hier. Scheiße. Das ist meine Brüder. Holt. Holt viele Wassermelune. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Ich hoffe nicht. Das ist meine Brüder. Das ist meine Brüder. Und jetzt ist es großartig. Das ist die andere Brüder. Das ist die Brüder. Das ist die Brüder. Und dann da ist die Brüder. Hier sind wir, weil wir uns an. Das ist eine Brüder. Ja. Das ist ein Brüder. Ich bin ein Brüder. Das ist ein Brüder. Was ist das? к einen den einen 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 Wir haben einen Bezug auf die Bühne geschaut. Wir wollen über eine kleine Bühne sprechen. Wir sprechen über die Bühne von der Bühne. Wir sprechen über die Bühne von den Bühne. Das ist nur ein Lüner. Das ist eine große Größe. Das ist natürlich ein Bühne. und jetzt machen über 2 Kilo oder 3 Kilo jetzt auch so machen und jetzt auch nur noch viele hier jetzt auch machen so hopp und dann ein bisschen Sammlung dort hin Udi Kappen, schweig! Kappen 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 Kappen